Hallihallo liebe Leute und seid gegrüßt zu einem sehr ausgefallenen Let's Battle heute mal, in einem sehr verrückten Quizspiel, welches seinen Namen gerecht wird. Ja, es handelt sich um You Don't Know Jack. Für diejenigen, die meine Streamaufnahme gesehen haben, wissen in etwa, wie das Spiel abläuft. Aber ich sage nicht umsonst, dass es ein Let's Battle ist, denn ich habe noch zwei verrückte Leute bei mir, die mit mir hier diese verrückten Fragen beantworten. Allerdings ist es die Frage, ob ich nach diesem Quizspiel hier noch lebend weiter wohnen darf oder ob die hier meine Wohnung übernehmen. Na gut, mit dabei ist auf jeden Fall der gute Spyro2223. Moin moin liebe Leute und ein Drachen-Jo-Ho? Keine Ahnung. Sorry. Ja, aber was wäre halt so ein tolles Duell, wenn man es nur so zweit macht? Wir haben noch eine dritte Person hier, den guten Gojira. Hallöchen. Ich warte auf Euch. Und zur Ansage, nehmt ihn bitte nicht voll. Wer von uns hat schon drei Bier gesoffen? Du. Na gut, dadurch, dass es halt am Anfang ziemlich viel geredet in diesem Spiel wird, dachte ich, wir machen jetzt erstmal hier so ein Standbild. Das war euch erstmal hier quasi so eine kleine kurze Runde sagen. Wir sind hier. Wir machen jetzt ein Battle und wollen mal gucken, wer von uns. Der Klügere ist. Oder der Verrücktere. Oder wer von uns mit weniger, also mit Minusgeld nach Hause gehen darf oder so. Okay. Schulden werden dann lassen. Ach ja, und wir haben eine Wette hier auch laufen. Der Verlierer da kriegt eine schöne Strafe. Das wird aber am Ende erst verraten. Sonst kommen wir wieder die ganzen Strafen auf Platz. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, lasst mal das Spiel hier laufen und es muss sowieso gleich noch ein bisschen laden, aber es geht auf jeden Fall richtig los. Und die beiden hier machen sich gerade Zeichensprache, wovon ihr nichts seht, aber die wollen sich gegenseitig umbringen. Nur so zur Info. Standard eben. Der Standardhaus mit dem Niederrachen. Na komm. So, das Spiel ist geladen, also einmal ruhig sein. Psst. 60 Sekunden. Was stellt ihr hier für ein Mist auf der Bühne rum? Leute, mach doch mal die Bühne frei. Du kehrt. Oh, schon? Okay, mein Name ist Cookie. Na, alles klar? Wunderbar. Zu wie viel sind wir heute? Wir sind zu dritt. Okay, drei Spieler. Zwei von Ihnen müssen sich einen Controller teilen. Aber das macht Ihnen ja sicher nichts aus. Also, wenn Sie links sitzen, drücken Sie eine Taste auf Ihren Controller. Super, danke. Und, äh... Wir sitzen links, Juni, und die 21 war. Sie waren toll. Okay, Sie kriegen jetzt gleich einen Haufen Fragen gestellt. Wer zuerst eine Spielertaste drückt, hat als erster die Chance zu antworten. Suchen Sie sich eine Antwort aus und drücken Sie die entsprechende Taste auf dem Controller. Simpler geht's nicht. So, Kandidat zwei. Die Tasten links vorne sind Ihre Spielertasten. Kandidat drei. Ihre sind die rechten. Kandidat eins. Sie haben Ihren eigenen Controller. Also erst die Spielertaste drücken und dann eins von diesen Dingern hier, um eine Antwort auszuwählen. Zehn Sekunde. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Eingebauten. Zerstäuber. Fünf. Vier. Drei. Furzboi. Hilfe gegen ein verfurztes Leben. Oh mein Gott. Du bist im Schweigen. Ja, alles. Oh, naja. Aber so in etwa wisst ihr jetzt schon, was auf euch zukommt, wenn ihr es noch nicht kennt. Aber ich finde, das Spiel bietet sich als Let's Battle wirklich ganz gut an. Um ehrlich zu sein, das ist ein PS1-Spiel. Ich hoffe, dass das irgendwie als PS4 irgendwie nochmal neu aufgelebt wird. Ein Release. Es soll sogar ein Spiel für PS4 geben, aber allerdings nur auf Englisch. Ne. Immer die Engländer. Du meinst die Amis. Oh, egal. Die Amis sind nur ausgewanderte Engländer. So, jetzt kommt Gott verging's. Niemand. Jack nicht. So langsam wird's langweilig. Das sage ich schon so oft. Es gibt noch andere Sprüche. Wir machen auch noch eine 7-Fragerunde hier nach. So, jetzt. Hier ist sie wieder. Die Quizshow, weil der Hochkultur und Popkultur aufeinander fallen. Willkommen bei You Don't Know Jack. Drei Kandidaten. Und einer guckt harmloser als der andere. Aber keine Sorge, das wird sich gleich ändern. Okay. Auf und zieh. So, erster Punkt der Tagesordnung. Die Maggie. Okay. Kleiner Grundkurs im Nageln. Wenn eine Frage auftaucht, bei der ein Mitspieler garantiert keinen blassen Dunst hat, dann ist dies der richtige Zeitpunkt, um ihn zu nageln. Drücken Sie die Blasse und dann die Select-Taste. Und schon muss Ihr Gegner die Frage beantworten. Okay, dann wollen wir mal. Das kann man so falsch verstehen auf vielen Wegen. Oh ja. Kleiner 3, das bin ich. Ähm... Nehmen wir mal das hohe C. Achso, du hast wieder 3. Okay. Moment. Geht gar nicht. Ich hab jetzt 3. Hast du irgendwie die Klöpfung für das Haus? Eigentlich nicht. Jetzt brauchen wir Pause. Ich glaube, das wollen wir gleich wirklich machen. Wenn jetzt nichts richtig ist, müssen wir... Ja. Und blaue Bohnen. Und bei richtiger Antwort sind 1000 Euro drin. Okay, die schweißnassen Finger aufs Knöpfchen. Hier kommt die Frage. Wenn die Veranstalter der Barreuther Festspiele in einem Anflug von Wahnsinn beschließen, Wagners Opern mit Bud Spencer Filmen zu kombinieren, welche Oper werden wir dann nicht sehen? 4 Fäuste für einen Nibelungen, Götterhämmerung, Blattfuß und Isolde, oder? Ja, Kandidat 2. So. Der Freischützer amt nicht von Wagner, sondern von Weber. Okay, Leute, ich habe hier 4 Existenz. Schau mal ruhig. Na gut, wenn da tatsächlich was... Wir machen mal eine kurze Pause. Wir müssen wahrscheinlich hier noch kurz was umstellen. Scheiße. So. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt haben wir alles mit 2 eingestellt. Du bist wieder 2, genau. So. Dann sind wir schon weiter. Ja, Kategorie. Jetzt funktioniert's. Alte Hüte und Fernsehen. Aber hey. Zum Fall so, Leute, ich hatte Viereck gedrückt und der hat dann X genommen. Keine Ahnung. So, jetzt. Die Kategorie für diese Frage lautet Alte Hüte im Fernsehen. Und dafür gibt es 1000 Euro. Angeblich soll ja jetzt eine Zeichentrick-Version der TV-Serie mit Schirmcharme und Melone gedreht werden. Wenn die Cartoon-Figur Calimero die männliche Hauptrolle in Sie kennen die Antwort Candida 2 Küken-Calimero trägt eine zerbrochene Eierschale auf dem Kopf. Ich hab mir erst die Frage in Ruhe durchgelesen, Mann. Ich will auch nicht mal, wenn schon keine Wege kommt, dann weiß ich. Du magst Eier. Ich hab auch zwei. Also lass noch mal ausreden. Als Sieger darf er leider. Ich nehm's aber nicht hin. Vor allem, weil er bei der ersten Frage geschummelt hat. Ja genau, unwissend. Das wussten wir aber alle nicht. Ich dachte, dass man schon richtig eingestellt wird. Frauen-Figur Calimero Wir bezahlen 2.000 Euro für die richtige Antwort. Okay. Es folgt eine Frage für die Freunde des Fernöstlichen Films. Ran verhält sich zu König Leer wie was zu die Sieben Samurai? Wie die glorreichen Sieben? Wie Sieben Wege ins Verderben? Wie Sieben Hochzeiten und ein Todesfall? Oder wie das Siebte Siegel? Zeigen Sie uns, wo es lang geht, wissen Sie was, jetzt lernen Sie erstmal den Unterschied zwischen vier und sieben und dann melden Sie sich wieder bei mir. Tja, Godzilla hat keine Ahnung. Zwei Kandida 3, die Frage ist zu haben. Ich probiere, ist das jetzt reingekommen? Rosawa Film Run, basierter auf dem Werk König Leer und die sieben Samurai. Einen Vorlage für den Kult-Western, die glorreichen Sieben. Okay. Spyro Roar rockt uns hier alle weg. Ein Drachen vermöbelt Godzilla. Ja, und was mit dem DJ? Der wird knapp getreten. Inflation, Liga, Drachen, wir siegen alle. Aber das ist schon wieder auswählen. Leider ist sie ja. So, ich denke mal, ein Junge kommt nie wieder. Oh. Er nimmt das. Oh man. Und die Kategorie lautet Haufenweise Geld und sehr wackelige Brücken. Und bei dieser Frage gibt es 1000 Euro zu verdienen. Nur immer die 1000 Euro. Ach, apropos Euro. Bestimmt haben Sie irgendwo schon den Satz gehört, die europäische Währung sei ein Brückenschlag in die Zukunft. Wenn Sie wahnsinnig werden und aus Euroscheinen, auf denen eine Brücke abgebildet ist, eine Brücke in die Zukunft bauen wollen, welche Scheine können Sie dann verwenden? Alle Euro-Scheine, den 10er und den 20er, den 10-Euro-Schein oder den 200-Euro-Schein. Ah, ich wollte auch gerade drücken. Scheiße. Sie können alle Euro-Scheine verwenden, weil jeder auf der Rückseite eine Brücke zeigt. Ja. Okay, das hatte ich nicht. Hast du noch nie 200 Euro in der Hand, Kapi? Ne, 100 da. Wenn die Brücke in die Brücke noch ein paar Scheine übrig haben, rufen Sie mich an, ja? Ne, danke. Kandidat 1. Also, wie sieht's aus, Kandidat 1? Dein Auftritt. Verkehrstenswerke hat Gott. Also, das ist wirklich frivierig. Schlechte Morde im Schleim. Okay, das kann ja was werden, ey. Ja, ich will durchaus mal einen Mord begehen. Ähm, nicht mehr. Ich hoffe, du meinst ihn mir neben mir. Links neben mir. Schlechte Morde in schlechtem Wetter. Für die richtige Antwort gibt es 1000 Euro. Ach, wofür hat man El Nino in den letzten Jahren nicht alles verantwortlich gemacht? Für Sturmfluten, Kälteeinbrüche, für Katastrophen jeder Art. Aber jetzt hat auch das Verbrechen El Nino entdeckt. Wenn Mafioso Luca Brasi einen Mordauftrag vermasselt hat und am nächsten Tag alles auf El Nino schieben will, was könnte er dem Paten dann treffenderweise sagen? Das lag nur an diesem Tiefdruckgebiet. Daran war diese Meeresströmung schuld. Das kam wegen diesem Luftwirbel. Oder dieses Macken? Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Ey, Don Corleone, der will sich auf ein Tief rausreden. Ja, der war falsch. Scheiße. Okay. Oh, du bist ja auch so schnell, Mann. Ist das ein Wirbel? Nein. Nein! Nein! Vorher ist es einfach versenkt, ja. Okay, aber ich habe nämlich viel, viel, viel Chance. Eieiei. Ich hätte ja noch vier, ich hätte gesagt. Ah, warte mal. Also, ey, Nino ist auf jeden Fall keine Meeresströmung. Aber ein Männchen. Ach, komm. Nein, ich habe gedrückt. Na, so lange, was? Ja. Wartet. Ich war zu gedrückt. Scheiße. Echt? Ich habe vier, 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 vier. Ich bin in Ruhe. Bei der Belohnung für diese tolle Ausrede kriegt Luca Schuhe aus Zement und darf sich diese Strömung von unten ansehen. Ich bin über 5050! Peminal 1! Suchen Sie sich eine Kategorie aus! Wir sind noch den oder? Ja, na gut, egal. Wir sind zum Garten an. Wir sollten aber nicht gegen den Quatsch werden, der die Antwort sagt. Ja. Uah, Krach! Oh Gott! Okay, allzu schwer wird's nicht. 1000 Euro gibt's für die richtige Antwort. Kennen Sie den Film Karate Kid, in dem so ein jugendlicher Sonnyboy haufenweise Leute K.O. schlägt? Stellen Sie sich vor, in einer Fortsetzung von Karate Kid verwandelt sich der Junge in Kantate Kid. Womit wird er seine Gegner in diesem Film bekämpfen? Das ist ganz klar. Mit alten Kirchenliedern. Okay. Kantaten sind aufwendig gestaltete Kirchenliedern. Noch nie Zelda Ocarina of Time gespielt. Das musstet ihr nicht besser wissen. Deswegen habe ich auch richtig geantwortet. Ich stoll aber gar nicht. Ich stoll aber gar nicht. Ich stoll aber gar nicht. Ach ja, ähm. Das ist kreiser. Wo kommt denn das hier? Ich wusste! Warte, jetzt kommt doch ein Stück. Nee. Und hier unsere Kategorie. Extrem Sex mit sehr alten Männern. Ich wusste, ihr wollt es! Ich komm hier nicht zum Wort. Ich komm hier nicht zum Wort. Sie sind Schauspielerin im antiken Griechenland und wollen eine Rolle in einem Drama. Auf wessen Couch brauchen Sie sich nicht zu legen, weil der Mann kein Stückeschreiber ist. Auf die von Aristophanes, auf die von Euripides, auf die von Orpheus oder auf Kandidat 1. Sie sind auf Orpheusens Couch müssen Sie nicht, denn der ist kein Stückeschreiber, sondern Sänger. Oh! Doch nicht! Oh, ich dachte jetzt an Gott wär das! Oh Boys! Er ist der pervers! Er trifft sich für seine Schäferstündchen immer mit der toten Eurydike in der Unterwelt! Oh! Oho! Kandidat 1, doch nicht! Ja, das blieb schon für Hades! Ja, wahrscheinlich! Oh! Machen wir mal das ins Gericht! Oha! Kandidat zu Kandidat! Geht nicht, der kommt Frage 8! Die Kategorie 0, jetzt nächstes Mal! Skandalöse Szenen beim jüngsten Gericht! Das könnte eine harte Nuss sein! 3.000 Euro zahlen wir für die richtige Antwort! Okay! Stellen Sie sich vor, das jüngste Gericht ist angebrochen! Sie stehen vor Gott und es sieht nicht gut aus für Sie! Doch Sie haben Glück und gewinnen Maria als Fürsprecherin! Wenn Maria beim jüngsten Gericht Jesus milde stimmen will, damit er sich bei Gott für sie einsetzt, was wird sie dann gemäß den gängigen Mariendarstellungen in der Christ... Ja, Kandidat 1! Gemäß der christlichen Mariendarstellungen wird sie Jesus ihre Brust zeigen, um ihn milde zu stimmen! Das war echt zu langsam! Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich! Mich stimmt das immer ganz anders, wenn mir jemand seine Brust zeigt! Okay! Okay, Kandidat 1, welche Kategorie darfst sein? Ah, er hat auch wieder weh! Ach man, Spyro, wir machen irgendwas falsch! Ich war zu langsam nur gerade! Ich war irgendwie überfordert! Ich hab irgendwie Fragen einfach zu deutlich gelesen! Und diese Kategorie heißt... Große Denker und große Missverständnisse! Und bei richtiger Antwort sind 1000 Euro drin! Die Uhren gespitzt, es geht los! Sie machen eine Zeitreise ins 16. Jahrhundert, gehen erstmal in eine Kneipe und treffen dort prompt Martin Luther! Wenn Sie ein Anhänger von Luthers Thesen sind, wie könnten Sie ihm, ein Gedenk der Art, wie er diese erstmals bekannt gemacht haben soll, dazu gratulieren? Ich sing ein Loblied auf dich, Marty! Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen! Das war voll... Zeigen Sie uns, was lang geht, Kandidat 1! Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen! Er hat sie angenagelt! Die Thesen! Aaaaah! Die hat die Schule angenagelt! Sie hat sich stark an die Kirchentür gennagelt haben! Manche sagen ja, das war ein Missverständnis, denn auf der Rückseite des Thesenpapiers stand, Betriebsferien bis 1. 9. Hey, aber jetzt ist das jetzt Martin Luther, wobei wir die 500 Jahre Feier hatten! No! Du bist ja der! Passt! So, du darfst sehen! Ah, gut gewählt! Sie sind hiermit zu einem flotten Dreier eingegangen! Oh, nein! Das kann ja was werden! Okay, wer will den Arsch hinhalten? Ich nicht! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Ach, das Ding! Da geht's! Da geht's! Das Spiel ist dazu nicht! Wenn der zugehörige Begriff des flotten Dreiers aufleuchtet, drücken Sie Ihre Spieltaste! Wenn's stimmt, gibt's Geld! Aber seien Sie auf der Hut! Wenn die Begriffe nicht zusammenpassen, kostet Sie das einen Tausender! Und zwar jedes Mal, wenn Sie daneben liegen! Okay, Feuer frei! Unsere Kategorie Edelmetalle und der undankbare vierte Platz! Und das heißt, wir kriegen's zu tun mit Gold, Silber, Bronze! Oh! Okay, viel Glück! Und keine Sorge! Ich werde Sie auch noch als Mensch achten, wenn alles vorbei ist! Das ist schon nett! Nichts? Ach! Nee! Scheiße, ich bin's auch gerade! Nein! Nein! Ja! Was? Achso! So von hin, prompte! Ja! Was? Okay, das war geraten! Ich wüsste es gar nicht! Nein! Wollte Gold antworten! Ich will irgendwie langsam! Ich auch! Yes! Ich guck euch alle! Okay! Kannst du noch eins zeigen? Nein! 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 Ich verarschende blödes Ding! Ich glaube, wir verdanken alle hier! Okay! Ich bin ein Ratsch! Okay! Ich muss aufhören! Ich komme nicht mehr! Damit liegt der Drittspieler jetzt im Führer! Dann wollen wir mal sehen, wie sie sich geschlagen haben! DJ! Hella! Busch! Kandidat 3! Machen Sie bei einem 3er immer alles alleine? Was? Dann weiß man ja wenigstens, wo es herkommt, nicht wahr? Hier der neue Spiel! Ja! Kandidat 3! Sie sind immer noch vorne! Das heißt, die beiden anderen können Sie nach wie vor nur von hinten sehen! Ha! Ha! Ey! Seid vorsichtig! Wir sehen, ein gewerter Blick ist es wert! Ah! Seid ihr neidisch? Wie? Vorsichtig! Du könntest in die böse Mitte was betropfen! Denken Sie an die Nägel! In Runde 1 hat niemand seinen Nebenmann genagelt! Schade! Also nochmal zur Erinnerung! Und dann soll man sachlich bei diesem Spiel bleiben? Alles klar! Für eine schwere Frage zu beantworten, drücken Sie zuerst Ihren Buzzer und dann die Select-Taste! In der nächsten Runde verdoppeln wir die Einsätze! Es kann also noch mehr Kohle gemacht, aber auch mehr verloren werden! Okay! Kandidat 1! Geben Sie mir eine Kategorie! Oh, Kerl! Oh Gott! Quotierer? Du willst Spieler! Achso, ich bin Spieler 1! Ja, du hast den Controller für dich! Okay! Dann machen wir mal die Bayern! Hm? Sieht den Bayern die Lederhosen aus! Ich bin in einer verrückten Truppe! Ähm, hast du was anderes erwartet? Du bist der verrückte Liederdrache! Und die Kategorie für diese Frage heißt? Die Frage aus der Lederhose! Und diesmal sind vier Riesen zu holen! Will ich haben! Kennen Sie eigentlich Erwin C. Beck, den Mann der Filmwerke wie 6 Schwedinnen auf der Alm oder in 80 Betten um die Welt? Angenommen Erwin C. Beck will einen Sextreifen nach der Vorlage eines Wim Wenders Films drehen! Wie könnte sein Film heißen? Kandidat 1! Sie sind ein... Kandidat 1! Kandidat 1! Wie möchten Sie nachden? Ey! Bleib mir weg mit dem Nagel! Ich hasse dich! Ich bin nicht ein... Ich bin nicht ein... Ich bin nicht ein... Ich bin nicht ne Führung! Um 4.000? Kommst du auf den Boden der Tatsachen wieder! Ich will jetzt antworten! Nein, mit dieser Antwort sind Sie im Urwald gelandet! Scheiße! Kandidat 1! Kandidat 2! Wer will die Frage? Oh Gott! Ich jetzt... Nein! Hinher! 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 Oh! Und wenn Herr Beck schon bei Fassbinder abkupfern will, dann dreht er doch lieber Angstessens Ständer auf! Ich... Ich wei... Ich denke jetzt... Ich weiß, was es ist jetzt! Sagen Sie zu! Aus Wim Wenders, der Himmel über Berlin, wird der Pimmel über Berlin! Ich... Ich war so unentschlossen! Wie ich höre, will Herr Beck gleich noch eine Wenders Bearbeitung nachschieben! Ein Pariser in Texas! Immer so unentschlossen gewesen! Hey, aber das war jetzt gut so! Hat der Erd den... Die Letzten werden die Erdten! Du sagst übrigens die Kategorie wählen! Ja, ich weiß! Besetzt ist es zu laut, aber sie sind... Hm! Oh! Ich weiß nicht! Sind die zerbrechlich? Ich weiß es auch nicht! Wir werden gleich erfahren! Hoffe ich! Und so lautet unsere Kategorie! Sind Zeichentrickfiguren zerbrechlich? Und für die richtige Antwort winken 2.000 Euro! Immerhin! Okay, gut aufgepasst! Hier kommt eine Analogiefrage! Vorsicht! Verhält sich zu Porzellankiste! Wie was zu was? Wie Morgenstund... Sie kennen sie an! Vorsicht! Ist die Mutter der Porzellankiste! Und March ist die Mutter von Bart Simpson! Ich hab' zu lange überlegt! Ich hab' dir die Frage glaub' ich auch schon mal! Ich weiß nicht! Schauen Sie sich mal so eine ähnliche Frage zu dem Sprichwort DUMMFICKT GUT AUS! Ähm, klar! Können wir machen! So, nach einer kurzen Verschnaufpause für den Gojira können wir jetzt weitermachen! Die sich eine Kategorie aus! Ich will ja! Das, 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 das! Ich denk mir mal, wir seh' nicht für heute auf! Okay! Schade! Für Küchenmesser! Musst ein... Kochanfänger ja wissen! Ein Trinkochanfänger! Und diese Frage fällt unter die Kategorie Leichte Muse und scharfe Küchenmesser! Die richtige Antwort bringt 4000 Euro! Was sagt man dazu? Komponist Andrew Lloyd Webber möchte berühmte Musicals und berühmte Horrorfilme miteinander verschmelzen! In welchem der folgenden Grusicals würde ein gewisser Michael Myers die Hauptrolle spielen? In Halloweeny in das Westseid... Kleini! Ich wollt's auch gerade schreiben! Michael Myers ist der Psycho-Killer aus den Halloween Filmen, die Mr. Webber hier mit Halloween und die Mollsen hat! Hätte ich gewusst, aber ich war zu langsam! Nicht mein Thema! Scheiße! Scheiße! Und weit in diesem Theater, Mary Poppins mit den scheren Händen! Kandidat 1, suchen Sie sich eine... Wo ist denn das Eis zu sterben? Alter, wo... Ihr müsstet das ja wissen! Ey! Das war's für mehr Eisend! Was? Und dies ist die Kategorie für diese Frage! Warum es besser ist zu sterben? 6000?! Und für die richtige Antwort zahlen wir Ihnen 6.000 Euro. Ach ja, wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, er wäre unsterblich. Aber wenn Sie wirklich unsterblich wären, was könnten Sie dann vermutlich irgendwann einmal tun, weil das betreffende Organ nie zu wachsen aufhört. Ihre Ohren um Ihren Kopf wickeln, Ihre Zunge fünf Meter weit ausfahren, Ihre Nase statt einer Krawatte tragen oder sich stehend auf Ihren Hintern setzen. Kandidat 1, Sie sind am Drücker. Doch hören Sie doch auf. Die Frage hatte ich immer. Ich glaube, ich kenne die Antwort aber noch. Müsste das sein. Nein, die Zunge wächst nicht. Aber ich weiß, welch es gab. Na gut, dann waren es doch die Ohren scheiße. Vielleicht. Ich dachte, Nase und Ohren hören nie aufgepackt. Ganz ehrlich? Ich habe es bei mir, dass ich das Geld geschenkt habe, weil ich die Antwort schon gesagt habe. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt eigentlich... Naja, in kalten Wintern durchaus nicht unpraktisch. Das wäre eigentlich jetzt euer Schuld gewesen. Ja. 6.000 habe ich dir geschenkt. Scheiße. Eine gute Wahl, Kandidat 2. Kandidat 1 und Kandidat 3 zurücktreten, bitte. Okay. Jetzt heißt es für Kandidat 2, Sekt oder Seltas. Was? Ja. Weißt du nicht mehr? Nee. Ach, schon wieder ich? Ja. Nee, das hätte ich übernützen müssen. Thema dieser Sekt oder Seltas Frage. Geistliche Gewandungen und safer sex. Viel Spaß. Okay, ich lese Ihnen jetzt sieben Begriffe vor und möchte von Ihnen jeweils wissen, handelt es sich um einen Teil des Priestergewandes oder um ein Verhütungsmittel? Wenn der Begriff, der erscheint, zum Priestergewand gehört, drücken Sie die Dreieckstaste. Handelt es sich um ein Verhütungsmittel? Ich habe jetzt die Kreistaste. Und zum Überspringen eines Begriffs drücken Sie die Dreieckstaste. Jede richtige Antwort bringt Ihnen 1.000 Euro. Und jeder falsch oder gar nicht zugeordnete Begriff geistet Sie 1.000. So, jetzt stellen wir die Uhr noch auf 30 Sekunden. Okay. Und los geht's! Luviale! Was? Luviale! Ja, das sagt mir nicht. Ähm. Was? Ja. Er ratet doch lieber, oder? Nee. Ich glaube, ich auch. Das? Äh. Er ratet! Nein! Was? Pektorale. Wenn sie sich nicht sicher sind! Ah, scheiße! Da war ich jetzt ein... Via-Fram-Kämmer. Via-Fram-Kämmer. Weil... Ja, so ganz geht es doch! Sorry, aber jetzt muss ich Ihnen für jeden nicht zugeordneten Begriff 1.000... Ja! Hey, nur wenig! Ja, mit so einem Ergebnis kann man schon noch leben! Du hast nur meinen 6.000 insgesamt! Ja! Ey, nur weil ich den einen nicht wusste! Ja, ich habe einen dazuverdient! Ah, und weil ich den einen falsch geraten habe! Oh, ich darf auch nicht! Ähm. Nur weil ich den einen jetzt falsch geraten habe. Aber wenn man das so ein bisschen so bedeuten kann, dann weiß man es auch! Nehmen wir mal das! Ne? Die Kategorie diesmal, Weltliteratur und der kleine Appetit! 2.000 Euro! 2.000 Euro ist unser Angebot für die richtige Antwort! Das ist nicht viel! Achtung, Rechenkünstler, aufgepasst! Lösen Sie folgende Gleichung! Roman von Friedrich Dörrenmatt plus Essensbehältnis ist gleich was? Biedermann und die Bratpfanne, Mutter Courage und ihre Tupperware, der Richter und sein Henkelmann oder die Gulaschkanonen von... Sie kennen die Antwort, Kandidat! Und dass sie Courage hatte, bewies die Mutter dadurch, dass sie bis ins Ruhealter nicht eine einzige Tupperware-Party ausließ! Was? Achso, da ist es jetzt falsch! Wer ist jetzt? Arschloch! Doch, Marc. Äh... Soll ich nicht mich nageln? Ich wollte eh nageln. Ne. Ihr seid euch noch nicht nur 50-50-Schance. Okay, ähm... Mit... Können wir mal nageln, du sagst? Ähm, mit Telectern. Achso. Aber jetzt überleg ich gerade. Jetzt... Sind trotzdem scheiß... Antworten. Die Gulasch! Ich glaube... Ne, ich nehm das jetzt. Der Richter und sein Henker stammt von Dörrenmatt. Und ein Henkelmann... Yes! Ich war jetzt unsicher gewesen, ob ich jetzt Kreis oder das nehme, weil... Der Richter und sein Henkelmann nimmt ein tragisches Ende. Der Richter lernt eine junge Warmhalteplatte kennen und trennt sich von dem Henkelmann, der sich daraufhin an seinem eigenen Henkel erhängt. Weil, ich meine, wir hatten die Befragung schon mal gehabt, deswegen war ich unsicher. Ne, die hatten wir noch nicht. Ah, nein, nein. Nein. Das wüsste ich, ne? Ähm... Ja, was nehmen wir denn? Den Presslufthammer. Ähm... 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 Ich war so wüsste ich. Hm... Ja. ...nur ein bisschen trocken. Scheiße, ob der das eigentlich könnte. Kandidat 1, Kandidat... Zeigen Sie uns, was sie drauf haben. Ähm... Ähm... Nö. Ah, kitzig! Was war denn das gewesen? Zeigen Sie uns, wo es lang ist. Zeigen Sie uns, wo es lang ist. Steinhardt, aber wahr. Marmor, okay. Marmor, fuck. Kultur. Die Dieta von Michelangelo ist aus Marmor. Aber das ist noch gar nichts, denn als Hauptgang gibt es frittierte Kalahari. Nein! Kandidat 1, wählen Sie eine Kalahari. Kandidat 1, wählen Sie eine Kalahari. Du bist dran. Ich weiß. Das ist doch was für den Spyro. Fuchsschwänze. Nur weil er an meinen Charakter denkt. Also ich meine den gezeichneten Charakter oder so. Ja, wir wissen schon Bescheid. Ja, ich hab noch ein fies Charakter so. ...aktuelle Kategorie. Spoiler-Fuchsschwänze und nervtötende Filme. Dieser Frage winken 4000 Mäuse. Erinnere sich an den Film Manta Manta über die Rivalität zwischen Opel Manta-Fans und Golf GTI-Fans. Ja. Na schön. Sie wollen sich Manta Manta im Kino ansehen. Ja, Kandidat 2. Achso. Sie wollen gemassen Nageln, Kandidat 2. Was denn sein? Ja, ich will ja mal wissen... Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Mach, mach, mach. Mach mal rein. Los. Achso, ich bin nicht stabil. Ja. Manta und... 3... ...und... ...und... 1... Nein. Das Zeug nennt man Morphium. Und exakt das scheint man Ihnen vor diesem Spiel verabreicht zu haben. Hätte man mir ruhig dir und klingen lassen können. Mh... 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 Ach, scheiße. Schauen Sie zu. Oh, bitte. Mit religiösen Sprüchen und Gebeten der Hindus und der Buddhisten. Das war geraten. Ja. Diese Sprüche... Ein Manta. Manta. Ich hab's auch gerade erst gesehen. Ja. Wunderlich, dass der Film mit 15 Stunden etwas überlenkt. Ich hab nicht mal die Frage zu Ende lesen können und da die Antworten. R2, wie sieht's aus? Herr Spyro. Mh... Mündige Bürger und Altenhausen. Nicht. Mh... Mh... Und die folgende Frage läuft unter der Kategorie... Staatstragende Gedanken und Busengrabscher. 2000 Euro gibt's für die richtige Antwort. Sieht ja nicht so aus. Kennen Sie die Rotweinmarke Chianti Machiavelli? Nein? Mir doch egal. Was wäre ein Gedenk der Theorien des italienischen Schriftstellers Niccolo Machiavelli? Der korrekte Werbeslogan für den Chianti Machiavelli. Der Chianti heiligt die Mittel. Im Chianti liegt die Wahrheit. Ich trinke Chianti, also bin ich, oder... Gott! Er kann wieder seins. Im Chianti liegt die Wahrheit. In ihrer Antwort liegt sie... Mann, die... Die hatte ich auch schon mal. Die hatte ich auch schon mal. Machiavellis Name wurde zum Synonym für strupellosen Pragmatismus bei der Machtausübung. Scheiße. Wuhu! Der Chianti heiligt die Mittel. Wie sieht das in der Praxis aus? Hey, komm Baby, trink doch ein Chianti! Hey, nimm deine Pfoten da weg! Ah, dann schau mal aus! Sie sind deine Kinder rein! Eine Kategorie bitte! Kosmetika! Nein! Intra... Interplanetare... Schwitzig! Okay! Ich will ja auch mal dir eine Chance geben! Meinst du? Und was ist mit dir? Dir nicht! ...planetare Verkehrsraudis! Sechstausend! Sechstausend! Nein! Okay! Die Ohren gespitzt! Es geht los! Sie werden auf der Autobahn von einer Polizeistreife aufgehalten. Die Beamten eröffnen ihnen ihr Fahrstil gleiche der Bahn des Planeten Pluto. Was wirft man ihnen vor? Dass sie zu dicht auffahren? Dass sie links fahren ohne zu überholen? Dass sie quer über die Fahrbahn schleudern? Oder dass sie permanent mit Lichthupe fahren? Zeigen sie uns wo es lang geht! Nein, Pluto schleudert nicht! Macht im All auch keinen Spaß! Man hört das Reifen quie... Gut, dass du die Antwort genommen hast! Die wollte ich nämlich nehmen! Ähm... Ja, dann nehme ich... Soviel dazu! Scheiße! Mann! Fuck! Okay, jetzt muss ich raten! Ja, fuck! Natürlich! Äh, das, 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 das! Völlig richtig! Er ist der äußerste Planet! Okay! Ich bin wirklich schüßt es! Ich wollte ihn eigentlich nicht! Er ist an Neptun vorbei! Er ist aber bis heute noch nicht eingeschert! Wahrscheinlich hat er auch seit 20 Jahren den Blinker draußen! Ganz ehrlich, ich hatte keinen Plan gemacht! Ähm... Wählen Sie eine Kategorie! Nackt man nur noch! Du weißt was jetzt kommt! Hä? Ach du Scheiße! Tick-Tack! Ich glaube, hier ist noch gar nichts los! Wenn Sie zufrieden gehörige Begriffe vor sich sehen, drücken Sie Ihren Wasser! Jede richtige Antwort bringt 2.000... Oh nein! Das ist ein Beschiffungs- 2.000... Ich kann auch abräumen wenn ich Glück habe! Ich kann hier wahrscheinlich absacken! Nicht alles was richtig scheint, ist auch richtig! Das Wortpaar muss zu dieser Vorgabe passen! TV-Helden und ihre nicht unbedingt besseren Hälften! Wo ist jetzt... Na du musst drücken, wenn du die richtige Antwort siehst! Aber ich bin eigentlich irgendwie leicht überfordert! Scheiße! Ey, wo ist jetzt... Amnon Joyce era Mate! Verdammter Rollfall. Ich kenn die alle nicht! Ich denke. Oh, okay. Ja! Das war was leichtes. Das war doch leicht. Boi. Was sind die Namen, ey? Nacko. Oh, Racko. Klar gekennst. Okay, das war gelangt. Verdammt. Nein, der zu viel überrascht. J.A. J.A. Nein, was? Wo ist der? Wo ist der? J.A. J.A., okay. Das ist seine Frau irgendwie oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Oskar. Na, verletzt er euch zu langsam. Ich hab da diesmal geraten. Aber denke, das hat mir jetzt gar nichts. Mir auch nicht. Das wird ja jetzt auch nicht mal schneller ab. Okay, das war geraten. Okay. War gut. Das war schon? Scheiße. Was? Ich hab mich nicht mehr geraten. Ich hab das schon. Wer mag der J.A.T.? Ich. Ey. Ich hab die J.A.T. Ich hab die J.A.T. und verweigern sie den anderen beiden eine Revanche. Sonst finden die am Ende noch raus, was ich längst weiß. Dass sie nämlich in Wahrheit auch keine Ahnung haben. Das war der J.A.T. Ich hab grad aufgenommen. Großtoils. Oh Gott. Okay. Ops. Warte, jetzt kommt gleich erst noch die Namensangabe. Danach kommt das. Jenes. Ja. Super Leute, das war ganze Arbeit. Äh, Cookie, können wir heimgehen oder geht's nochmal von vorn los? Wow. Alle haben ein ehedem leeres Plätzchen auf der High School. Ist der ackert hat. Was bedeutet? Sie hätten sich noch dümmer anstellen können und hätten es trotzdem noch geschafft. Wie heißen wir denn? Äh, Kandidat 1. Ja. Und jeder? Wie geht mal rein? Nach oben und nach unten und dann nach rechts kannst du weitergehen, ne? Wenn der X durchs hast du eingegeben. Also ganz ehrlich Leute, ich hab Großart wirklich mal geraten, aber auch wirklich wusste ich auch was. Ich hab natürlich die meisten Menuspunkte. Wenn ich mal denke, beim letzten Livestream hab ich ja wenigstens nur zweimal Plus geschafft. Und dann hast du 6500 oder? Hm? Ne, ne, das sind meine alten Scores. Ja, ja, das 6500 war glaube ich das letzte, oder? Ich weiß gar nicht gar nicht. Minus 10.000. Das war beim ersten. Obwohl. Da hab ich leider keine Aufnahme von gemacht. Das ist das Blöde. Das war nämlich noch amüsanter auch. Und ich hab grad die Tasten nicht gefunden. Also ehrlich gesagt, entweder waren die beiden wirklich zu schnell beim letzten. Oder ich hab echt zu langsam das gesehen. Weil das war echt nicht so mein Ding gewesen, das letzte. Also da wird man mich immer schlagen. Da muss man auch wirklich gut überlegen. Ich hab so einen schnellen Finger. Das weiß ja Slayer am besten. Ich muss auch echt sagen, ich könnte mit den Namen größtenteils gar nichts anfangen. Ich meine jetzt, wer bin ich? Da hab ich die Antworten so schnell weggenommen. Hä? Ah, ich. Der Top-Arschig. Spyro. Spyro. Wo bin ich? Wo ist das S? Das kommt auf das. S, S, S. Da. Nach rechts. Nach rechts. Genau. Nicht, dass du, wie du es auch von PS3 angegeben hast, einfach nur Arsch. Da war es das Arschloch. Ja, da erinnert mich manchmal auch ein Arschloch. Manchmal? Emma? Keine Ahnung. Das kann man vielleicht noch ausdiskutieren. Dritzella? Ich glaube, ich lass euch mal allein. Und ich prüge die mit meinen großen Schwanz zu breiten. Das kann man jetzt wieder falsch verstehen. Ja. Das ist schwierig. Oh, haben wir auch hier die Nummer? Ich hab euch vorgewarnt. Ja, ja. Musst noch weitermachen. Jetzt musst du aber für diese Aufnahme eine FSK-18-Version haben. Das Spiel ist schon FSK-18. Nee, nee, das ist hier. Schau mal selbst. Äh, hier? Da. Ohne... Geeignet ohne Altersbeschränkung. Ohne Witz, da stehen wir. Das ist kein Scherz! Und ich wundere mich, warum? Ich... Ganz ehrlich, bei den Kommentaren, die der hier ablässt. So. Da freut mich echt, wie das bei der USK ab Null freikommen konnte. Ab 12, wenn die haben wir verstanden, aber ab Null? Also ich kann echt schief vorstellen, dass er nicht YouTube-Partner ist, weil sonst hätte er die ganze Montarisierung hier, äh... Raust. Abgeraust. Los, DJ! So, geb ich auch mal meinen Nick-Namen ein. Nick-Namen. Das war ein bisschen umständlich. Ich kann dir nur nicht mal einen Punkt machen. Das ist ganz toll. Dummer Zeichensatz hier. DJ Bubo! Deswegen... Wisst ihr was? Das ist einfach scheiße, ohne Punkt. Ohne Punkt, komm. Ich geb einfach meinen Namen ein, fertig. Dauert soweit ein bisschen länger, aber egal. Kurzversion hätte auch nur DJ eingehen müssen. Ja. Ja, das ist zu kurz. Oder K für Kacke. Ey. Alle weiteren Quittungen und Verlosungen bitte unten in der Link-Beschreibung. So ungefähr. Oh, halt, halt, das ist mal zu weit. Naja. Also, was kriegt jetzt Carsten als, äh, Troo, als Preis? Als Troos-Preis? Naja. Er ist ja verliebt, ja. Da werde ich mir noch was ausdenken. Ich meine, es gibt ja immer so schöne Spiele. Er ist ja auch einmal in die doppelte Strafe reingerannt beim Einspielmal. So was, Gott. Geben Sie Ihren Namen ein, sonst kriegen Sie einen von mir. Ich weiß es gerade nicht. Das ist schon zu lange her, verdammt. Egal. So. Jetzt wird es Zeit für... Ich hab nicht ewig Zeit Sieg, Knallkopf. Ey. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mein zu lange gewandt, Herr Kneilkopf. Willkommen Herr Kneilkopf. Willkommen Herr Kneilkopf. Ich glaub, so nehmen wir ihn erstmal ein paar Spiele lang nur noch. Ist immer ruhig. Wir haben uns sicher. Und wälze einfach das Kalb hält. Und operiere ihn mit den Kinderchirurgie-Set von Schrammell. Schneid ihm seine Brust auf. Und zieh nach, was ich da tue. Gehe geblinsschwell einen Bein passt. Unser Tupfer steht das Blut. Wenn du dabei nicht mehr schaust. Und ein Jenny wäre er getroffen. Kein Panik und der ist schon. Knossschwester. Weckt ihn sicher wieder aus. Das Kinderchirurgie-Set von Schrammell. So machen Herzoperationen Spaß. Oh Mann ey. Ja. Dann gebe ich einfach Kneilkopf ey. Draußen. Ich glaube, das hattest du aber nicht, oder? Nein, das kannte ich echt noch nicht. Weil man sagt, dass man einfach so einen Namen bekommt. Wie kann ich es da sehen? Wie ich liebe dieses Spießes. Ja, dann würde ich mal sagen, Just for fun noch eine 7-Fragerunde. Aber erst mal eine Force würde ich mal sagen. Oh ja. Um die Nerven zu beruhigen. Also, wir sehen uns im nächsten Part-Duell gleich nochmal wieder. Meine Nerven sind blank.